Hallo ihr Lieben, zuallererst ein Dankeschön an euch für die Zusendung eurer zahlreichen Erlebnisse und ich weiß ja, dass ihr diese Beiträge besonders gern habt. Also dann legen wir mal los. Und der erste Bericht stammt von Dorit und sie wohnt in der Nähe von Kassel. Es war schon Mitternacht, als ich nach Hause kam an diesem Abend. Eigentlich wollte ich schon für Ehr gehen von der Geburtstagsfeier meiner Kollegin, aber im Nu ist die Zeit vergangen. Schon als ich aufschloss, bemerkte ich helle Flecken auf dem dunklen Holzboden im Flur und als ich gleich darauf mein Licht anmachte, durchfuhr mich ein riesiger Schreck. Mein Flur ist ziemlich lang, genau 8,50 Meter und 3 Meter breit und er mündet direkt im offenen Wohnzimmer. Auf der rechten Seite meines Flurs habe ich mir Bücherregale aus Holz anfertigen lassen, über die gesamte Wand. Auch die beiden Türen, die vom Flur abgehen, sind damit umrahmt. Die Böden des Regals sind in Höhe und Tiefe meinen Büchern angepasst. Ich sammle leidenschaftlich und habe viele hundert Exemplare. Deshalb gruselt es mich hier auch so sehr, denn diese Bücher können nicht aus dem Regal fallen. Aber es lagen an diesem Abend genau 42 Bücher auf dem Boden verteilt. Ich hatte keine Ahnung, wie das passiert sein soll. Ich sammelte sie alle auf, manche lagen sogar aufgeblättert da, und ich legte sie alle auf die Kommode links an der Wand. Ich machte überall Licht an und ging durchs ganze Haus. War hier jemand in meinem Haus, in meiner Abwesenheit? Außer meiner Tochter und mir hat niemand einen Schlüssel dazu. Ich überlegte noch, ob ich sie anrufen sollte. Es war ja schon kurz vor 1, nein, es war zu spät. Als ich mich überzeugt hatte, wirklich allein zu sein, schloss ich alles zu und ließ, als ich mich hinlegte, ein Licht im Flur an. Ich gruselte mich, und ich wollte es nicht dunkel haben an diesem Abend. Am folgenden Morgen rief ich meine Tochter an, um sie zu fragen, ob sie in meiner Wohnung war. Sie verneinte es, sie war selber unterwegs an diesem Abend. Ich habe, nachdem ich die Bücher wieder einsortiert hatte, versucht, sie aus dem Regal fallen zu lassen. Es war und ist unmöglich. Sie sind nach Größe sortiert und das Brett oben drüber liegt fast auf den Büchern drauf. Also sie können nicht kippen oder herausfallen. Ein großes Rätsel. Aber dabei blieb es nicht. Einige Tage später, es war Donnerstag, und ich lag im Bett und schlief, als ich durch lautes Poltern geweckt wurde. Ich knipste Licht an und ging vorsichtig und schlaftrunken in den Flur. Und da lagen sie wieder auf dem Boden. Und dasselbe Prozedere wie vorher. Ich machte überall Licht an und rief, wer ist da? Aber es war totenstill, und außer mir war niemand im Haus. Ich sah auf die Uhr, es war halb vier in der Früh. Ich blieb jetzt wach. Es ängstigte mich der Gedanke, mich wieder ins Bett zu legen. Also räumte ich die Bücher wieder ein und machte mir einen Kaffee. Und ich zermaterte mir den Kopf, wie das mit den Büchern passieren konnte. Aufgefallen ist mir, dass es sich um dieselben Bücher handelte wie schon beim ersten Mal. Es waren dieselben Fächer geleert. Die beiden Fächer liegen genau neben der ersten Tür im Flur. Es passierte nachfolgend immer wieder, und ich beschloss dann, diese Bücher in ein anderes Regalfach zu stellen. Ich lasse diese beiden Fächer seitdem leer. Ich lege in eines der Fächer oft meinen Schlüssel, wenn ich nach Hause komme. Und auch dieser liegt manchmal mitten im Flur. Mir kann dieses Phänomen bis heute niemand erklären. Der zweite Bericht stammt von Heike und Stefan. Es muss 2007 gewesen sein, als meine Frau und ich einen uns seit vielen Jahren bekannten, kostenlosen Biwakplatz im heutigen Polen besuchten. Er liegt in der Nähe, ca. drei Kilometer, des Städtchens Tuszno. Zu Deutsch hieß das Städtchen Tütz im ehemaligen Westpreußen, in der Nähe des Drage-Nationalparks. Der Platz liegt auf einer Lichtung, mitten im dichten Wald, am Tützsee, und ist nur überholprige Waldschneisen zu erreichen. In der Nähe gibt es noch ein Ferienlager polnischer Pfadfinder. Dort war aber noch niemand, denn es war erst Anfang Juni. Wir waren die einzigen Besucher. Gegen Abend kamen dann ein paar Jäger und machten ein Lagerfeuer, gingen dann aber wieder, und so waren wir ganz allein. Gegen Mitternacht brach ein entsetzliches Gewitter los, das unser neues Zelt, dessen Boden sich als nicht wasserdicht erwies, unter Wasser setzte. Wir erwachten und suchten vor der Nässe zu retten, was zu retten war. Dann ließ die Heftigkeit des Gewitters nach. Plötzlich hörten wir vom Waldrand her, etwa 50 Meter entfernt, einen lauten, langgezogenen, heulenden Schrei, der durch Mark und Bein ging. Ich bin seit Kindesbeinen an mit dem Wald, den Tieren und der Natur vertraut. Mein Vater war ein fanatischer Jäger und nahm mich schon als kleines Kind regelmäßig mit zur Jagd. Aber dergleichen hatte ich noch nie gehört. Natürlich hatten wir Angst. Und wir ergingen uns in der Eskalation der Erklärungen. Was kann das sein? Das Wesen, das den Schrei ausstieß, ohne dass es zwischendurch absetzte, näherte sich, wie man hören konnte, sehr schnell dem Zelt. Dann passierte das Zelt und verschwand hinter dem Plumpsklo, am anderen Ende des Platzes wieder im Wald. Alles hatte nur wenige Minuten gedauert. Als das Wesen oder was es auch immer war, ganz in der Nähe des Zeltes gewesen sein musste, hätte ich hinausschauen können. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht die Nerven dafür. Durch Nest packten wir ein. Und sobald es hell wurde, verließen wir den uns nun doch etwas unheimlich gewordenen Platz. Der nächste Bericht stammt von Kai Uwe Die alte Harchenburg An einem Sonntag im Oktober, als ich damals noch ein junger Mann Mitte 20 war, gingen wir auf einem sonntaglichen Familienausflug zur alten Harchenburg-Ruine. Der Weg dorthin ist u-förmig und sehr steil ansteigend, denn die Ruine liegt auf einem Berghang. Erschöpft oben angekommen, verweilten wir nur kurz vor Ort, denn es war ja nicht mehr viel zu sehen von der einstigen Burg, außer Erdhügel und Steine. Um nicht mehr den u-förmigen Weg, der länger ist, zurückgehen zu müssen, entschlossen wir uns kurzerhand, eine Abkürzung, den Steilhang in Richtung Parkplatz hinunterzunehmen. Ich lief als letzter am Schluss. Der Hang war ziemlich steil und erodiert. Der letzte Regen hatte Sandsteine freigewaschen. An diesen Steinen fand ich am Vorbeigehen fossile Schachtelhalme und Pflanzenreste. Gerade als ich mir die Fossilien anschaute, riefen meine Leute schon nach mir, wo ich denn so lange bleiben würde. Ich ging weiter und entschloss mich, nochmals an diese Stelle zu kommen, um nach den Fossilien zu sehen. Gesagt, getan, an einem schönen Novembertag kam ich mit meinem Auto am Parkplatz zur Altenburg an. Bewaffnet mit einem Geologenhammer und einem Rucksack ging es in Richtung Wald. Das Wetter war klar und sonnig und als ich am Waldrand angekommen war, sah ich, dass es im Wald noch neblig war. Ich lief den Waldweg einige Meter und vor lauter Nebel an dem kleinen Fußpfad, den wir herunterkamen, vorbei. Als ich es gemerkt habe, lief ich ein Stück zurück und fand den Pfad. Der Nebel begann sich langsam aufzulösen, fast. Oben angekommen, fand ich auch schnell die Stelle mit den Sandsteinfossilien. Die Fossilien freizulegen erforderte meine ganze Konzentration. Ich hämmerte und hämmerte und das Klopfen schallte bis hinunter ins Tal. Plötzlich hörte ich rechts von mir lautstark Leute reden, oben vom Bugweg entlang herunterkommend. Diese Stimmen kamen immer näher und es schienen zwei Männer zu sein, die laut im Wald diskutierten. Ich setzte mich auf einen Baumstumpfen, um zu schauen, was da wohl los war. Ich hatte klare Sicht auf das Tal, im oberen Teil des Bugweges war es noch stellenweise neblig. Es dauerte nicht lange und da kam aus dem Nebel etwas Weißes. Ich erkannte es an der Bewegung, dass es sich um zwei Männer in weißen Hemden handelte. Diese liefen den steilen Weg von der Burg hinunter. Und ich sah Folgendes. Der Mann links hatte schwarze, lockige Haare und ein weißes Hemd an. Eine grüne Hose, die kniekurz war und braune Schuhe. Der rechte Mann hatte braune Haare und eine Frisur wie König Löwenherz, völlig altbacken. Sein weißes Hemd hatte auch Rüschen an den Ärmeln und am Hals. Er hatte ebenfalls eine kurze, schwarze Hose an, aber mit einer goldenen Gürtelschnalle. Der rechte Mann sprach mit dem linken sehr laut und gestikulierte mit seinen Armen. Leider konnte ich nicht verstehen, was sie redeten. So liefen sie an meinem Standpunkt vorbei und ich schaute ihnen verdutzt nach. Das Ganze ging bis zur nächsten Weggabelung, da stoppten beide plötzlich und begannen sich gegenüber zu stehen und sich anzuschreien. Das ging alles schnell. Der Schwarzhaarige zog ein Messer, erhob seinen rechten Arm und stach den anderen nieder. Getroffen vom Messer ging dieser in die Knie und fiel auf den Bauch. Der Täter rannte schnell in den Wald hinein. Und um zu sehen, was mit dem Opfer los war, lief ich schnell den Abhang hinunter und an genau der Stelle, wo ich diese Tat beobachten konnte, war nichts mehr zu sehen. Wie kann das sein? Was habe ich denn da gesehen? Und jetzt habe ich noch einen alten Bericht aus dem Jahr 1908 für euch. Im Jahr 1908 lebte in Kolberg Frau Hertha S., im Obergeschoss eines dreigeschossigen Hauses direkt am Marktplatz. Sie ist erst kürzlich in diese kleine Wohnung unter dem Dach gezogen, als sie sich den Unterhalt ihrer vorgehenden Behausung als Witwe nicht mehr leisten konnte. Ihr Mann starb auf der Arbeit, er fiel einfach um. Er war Heizer und Hertha versucht, sich seit dem Tode ihres Mannes über Wasser zu halten, mit Wäsche waschen, Wäsche flicken und an zwei Tagen in der Woche steht sie zum Verkaufen auf dem Markt. Ihr Einkommen ist dürftig, aber es reicht für sie allein. Als ich die kleine Dachwohnung betrat, fiel mir gleich das große Fenster in den Blick, von dem man eine gute Aussicht auf dem Markt und dem dahinterliegenden Mariendom hat. Die spärlich eingerichtete Wohnung von Frau S. ist herrlich blank geputzt und sie bat mich zum Tee an das unter dem Fenster stehende kleine Tischchen. Ich bemerkte gleich, dass sich Frau S. die Aufregung als dunkle, rote Flecken im Gesicht zeigten und ich sprach ihr gut zu und versuchte, sie zu beruhigen. Sie nahm einen großen Schluck und atmete tief ein, ehe sie anfing zu erzählen. Ich wohne hier nun schon an die sieben Monate. Letzten Februar bezog ich diese Wohnung und am Anfang ließ sich auch alles gut an. Nur das Schleppen über die hohen Stiegen, nun ja, man bekommt nichts geschenkt, gell? Im hinteren Zimmer, dort wo ich schlafe, wenn man mich lässt, steht fauliger Geruch. Und so oft ich scheuer und wiener, er kommt immer wieder. Aber wenn's nur das wäre, sagte sie und nahm wieder von ihrem Tee. Ich fragte nach dem Geruch, ist er denn immer da? Jetzt, wenn's warme Tage hat, kann ich das Fenster weit offen halten. Aber muss ich es geschlossen halten, so breitet er sich wieder aus. Es ist ein Kreuz und ich kann nicht sagen, wo er herkommt. Ich fragte sie, ob ich den Raum betreten dürfte und sie stand vom Stuhl auf, um mich in das kleine Zimmer zu geleiten. Auch hier war alles blank und ordentlich, das Fenster war weit geöffnet und man vernahm die Stimmen vom Platz bis hier nach oben. Ich sah mich um. An linker Wand stand ein hölzernes Bett und ein kleiner, in die Jahre gekommener Schrank. Vor dem Fenster stand ein Stuhl und unter diesem das Nachtgeschirr. Es ist nicht nur der Gestank, sagte sie, es sind die Dinge, die mit ihm kommen. Wir gingen wieder in den anderen Raum zurück und setzten uns. Und ich bat sie mir, alles zu erzählen. Es fing schon kurz nach ihrem Einzug an, sagte sie, und es war mitten in der Nacht. Sie erwachte, weil ihr jemand ins Gesicht pustete. Sie wischte sich mit der Hand übers Gesicht und sah in die Dunkelheit. Sie dachte erst, sie hätte geträumt, aber dann spürte sie wieder diesen Lufthauch. Sie setzte sich auf und sah sich um, konnte aber nicht viel erkennen, denn es war sehr dunkel in dem kleinen Raum. Also stand sie auf, um ein Licht zu holen, und dieses stellte sie dann auf die Fensterbank. Im Raum war nichts Ungewöhnliches zu sehen, und so legte sie sich wieder hin, nur um kurz darauf, wieder diesen Lufthauch wahrzunehmen. Nun setzte sie sich auf und schaute durchs Zimmer und nahm einen Schatten wahr. Dieser stand regungslos an ihrem Bettende. Hertha bekreuzigte sich und sprach den Schatten an, wer bist du? Du machst mir keine Angst, der Herr ist mit mir, besser du machst dich fort von hier. Aber der Schatten blieb wie angenagelt an derselben Stelle stehen. Und Hertha beschloss aufzustehen, und in diesem Augenblick nahm sie das erste Mal diesen furchtbaren Gestank wahr. Er schnürte mir den Hals zu, sagte sie, dieser Gestank trieb mir das Wasser in die Augen, und ich rannte nach nebenan und schmiss die Tür zu. Und ich wusste nicht, wer mich da mitten in der Nacht besucht, und ich glaube, geprüft zu werden. Geprüft, fragte ich, geprüft von wem? Verlegen sah Hertha mich an und sprach, wissen Sie, ich nahm es nie so genau mit dem Beten, und glaube deshalb, es könne sich um eine Prüfung handeln. Ich fragte, wie oft sie diesen Schatten und den Gestank schon wahrgenommen hat, und sie sagte, ich habe nicht gezählt, aber es sind mehr als zwei Dutzend Mal gewesen. Ich fragte sie, wann es denn das letzte Mal dazu gekommen ist, und sie sagte, es war vor vier Tagen. Ich verabredete mit Frau S. ein weiteres Treffen, denn ich werde im Januar wieder an Kolberg weilen. Ich hatte die Hoffnung, in der kalten Jahreszeit Zeuge dieses Phänomens werden zu können. Am 4. Januar 1909 suchte ich Frau S. wieder auf. Zuvor hatte ich ihr geschrieben und meinen Besuch angekündigt. Es war abends gegen neun, als ich das Haus betrat. Ich kletterte die Stiegen bis nach oben und klopfte an die Tür und hoffte, dass Frau S. mich erwarten würde. Sie tat es und ließ mich ein. Ich war neugierig zu erfahren, ob sich das Phänomen unverändert zeigen würde, und das bestätigte sie mir und weiter berichtete sie, dass es im vergangenen Oktober sogar eine Untersuchung gab. Eine Untersuchung? fragte ich. Ja, es war kaum auszuhalten mit dem Gestank, und ich redete mit der Frau Vermieterin, und diese wollte sich selbst davon überzeugen. Also verabredeten wir, sobald sich der Gestank zeige, ich sie hinaufholen solle. Und das tat ich auch. Es war mitten in der Nacht, als ich nach unten stieg, um sie zu holen, und sie hatte den Gestank wahrnehmen können und versprach mir, sich darum zu kümmern. Andern Tag kam ihr Bruder und einer vom Handwerk, und sie lösten die alten Dielen. Die Frau Vermieterin war fest überzeugt, dass ich vergammelndes Vieh unter diesen alten Dielen befinde. Vieh? fragte ich. Ja, Ratten oder Mäuse vielleicht. Ja, und hat man was gefunden? Nein, sie haben nichts gefunden, und unter den Dielen gab es auch diesen Gestank nicht. Also ist er noch da, und auch der Schatten. Und wie oft haben sie ihn bis jetzt wahrgenommen? Ich habe es notiert, sagte sie, und gab mir einen Zettel, auf dem die Daten untereinandergereiht standen. Insgesamt sechsmal hat sie notiert, und davon viermal den Schatten. Ich werde noch drei Tage in der Stadt sein, sprach ich mit Frau S., und auch die folgenden Abende würde ich sie aufsuchen wollen. Ich blieb bis zwei Uhr am Morgen und verabschiedete mich, leider ohne Zeuge dieses Phänomens geworden zu sein. Auch in der folgenden Nacht blieb es aus. Aber am dritten Abend, nachdem wir immer wieder den kleinen Raum betraten, schrie Frau S. laut auf und winkte mich an die Seite, an der ihr Bett stand. Und da war er, ein bissiger Gestank, der mir sofort in Hals und Augen stieg. Er fühlte sich lau an und stickig, und ich spürte Übelkeit. Ich ging schrittweise hin und her und sog die Luft ein, und stellte fest, dass es tatsächlich nur um das Ende des Bettes herum wahrzunehmen war. Aber leider ist mir der Schatten nicht unter die Augen getreten, was ich sehr bedauerte. Frau Hertha S. war sehr glaubwürdig, und ich durfte mich auch noch davon überzeugen, dass sich nichts versteckt im Raum befand, was diesen Gestank erzeugen konnte. Er war vorher ja nicht da gewesen, und dann gegen halb zwei in der Nacht plötzlich erschienen. Zwei Jahre später erkundigte ich mich nach Frau S. bei meinem nächsten Besuch in Kolberg, und man sagte mir, dass sie schon vor einem Jahr zu ihrer Schwester nach Breslau gezogen ist. Aber nach wie vor berichtete sie wohl von diesem Phänomen in ihrem Schlafraum. Ja, meine Lieben, das war's mal wieder, und ich bin wie immer gespannt auf eure Meinungen zu diesen Berichten. Macht's gut, habt eine schöne Woche, habt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.